Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Definition von n! kennen, denn das Ziel für dieses Video ist, dass du selber Berechnungen mit Faktoriellen in Zusammenhang mit den vier Grundrechenarten erfolgreich durchführen kannst. Schauen wir uns dafür gleich ein paar Aufgaben an. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir über die Ergebnisse. Mach zunächst einfach einmal die Aufgaben a bis e, die du auch auf dem Arbeitsblatt findest. Über die anderen Aufgaben sprechen wir dann später noch. Also gut, als allererstes haben wir hier 6! Also das ist ganz einfach die Fortsetzung von dem, was wir uns eh auch schon überlegt haben in den vorigen Videos und hier müssen wir einfach die Definition uns in Erinnerung rufen. 6! ist dann 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Insgesamt ergibt es 720. Wenn man hier jetzt keinen Taschenrechner zur Hand hat, ist es tatsächlich so, dass man hier jetzt relativ viel Kopf rechnen muss, ist aber auch eine ganz gute Übung. Wie sieht es jetzt aus mit 4! plus 2!? Achtung, das ist nicht 6! denn, man muss aufpassen, Punkt vor Strichrechnung, also 4 mal 3 mal 2 mal 1 plus 2 mal 1, das ist 24, das ist 2, also insgesamt ist es 26. Wie ist es jetzt mit 3! mal 2!? ist noch immer nicht das gleiche wie 6! Achtung, denn das entspricht dir dann 3 mal 2 mal 1 und 2 mal 1, also insgesamt 6 mal 2, also 12. Wie sieht es jetzt mit Brüchen aus? Gerade auch die Brüche werden wir noch öfter brauchen. Wie sieht es aus mit 42! durch 41!???? Da passiert jetzt was ziemlich Cooles, weil wenn wir das jetzt ein bisschen genauer ausschreiben, erkennen wir, dass wir sowohl im Zähler als auch im Nenner fast genau die gleichen Faktoren haben. Wir haben nur im Zähler einen mehr, und zwar die 42, alles andere kürzt sich raus. Also 42! durch 41! ist dann ganz einfach 42. Bei 10! durch 8! ist es ähnlich, aber nicht ganz gleich. Wir müssen ein bisschen aufpassen, es bleiben nämlich 10 und 9 im Zähler übrig. Hier habe ich mir jetzt auch schon die Freiheit genommen, einfach statt 8 mal 7 mal 6 und so weiter, gleich 8! hinzuschreiben und das unten gar nicht weiter auszuführen, sondern einfach jeweils 8! stehen zu lassen und diesen ganzen Ausdruck hier zu kürzen. Na gut, jetzt gibt es noch ein paar weitere Aufgaben. Da lautet jetzt aber der Arbeitsauftrag ein bisschen anders, denn hier geht es jetzt darum, fülle jeweils die Lücke. Okay, nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir auch hier noch über die Ergebnisse. Also gut, schauen wir uns gleich die erste Aufgabe an. Hier ist es wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, das n! nichts anderes ist, als n mal n-1! Das bedeutet, damit wir von 86! auf 87! kommen, müssen wir einfach noch mit 87 multiplizieren. Wie sieht es da unten aus? Ähnlich, aber nicht gleich, denn wir müssen nicht nur mit 7 multiplizieren, sondern auch noch mit 6, also insgesamt mit 42, weil 42 ist 7 mal 6. Wie sieht es bei h aus? Auch hier hilft es, wenn man sich das vor Augen hält, denn dann erkennt man, man muss genau durch 23 dividieren, um genau diesen Faktor rauszustreichen. Wie sieht es jetzt bei i aus? Ein bisschen anders, denn hier schneiden wir quasi hinten ab. Das bedeutet, was fehlt uns hier hinten? Naja, 15 mal 14 mal 13 und so weiter, also genau 15! Faktorielle.